Seit Freitag ist die Vorsperrung im Hammersteinweg verschwunden. Bereits seit Montag können auch wieder die Kastanienstraße sowie die Bundesstraße 71 zwischen Magdeburg und Ebendorf vollständig befahren werden. Vom 2. bis 6. September kommt es im Kreuzungsbereich Walter-Rathenow-Straße-Gusthof-Ader-Straße zur Einschränkung des Verkehrsraums wegen Tiefbauarbeiten der SVM. Aus Richtung Universitätsplatz muss die rechte Fahrspur gesperrt werden. Das Rechtsabbiegen in die Gustav-Ader-Straße ist weiterhin möglich. Ebenfalls vom 2. bis 6. September steht auf der Bundesstraße 189 am Ortseingang Magdeburg jeweils von 7 bis 16 Uhr statt einwärts nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Hier sind Restarbeiten im Zusammenhang mit der erfolgten Fahrbahnsanierung notwendig. In den nächsten Tagen kann ein längerer Abschnitt der Spielhagenstraße nur in Richtung Westring befahren werden. Hier sind Arbeiten am Asphalt erforderlich. Der Kfz-Verkehr in Richtung Beimstraße wird über die Liebnechtstraße umgeleitet. Vom 2. bis voraussichtlich 27. September kann ein kurzer Abschnitt der Kloserwuhne nicht in Richtung Kastanienstraße befahren werden. Grund sind Arbeiten an einer Fernwärmeleitung der SVM. Der Verkehr wird über die Lübecker Straße umgeleitet. Weitere Verkehrseinschränkungen sind auf der Baustellenkarte unter www.movi.com und www.magdeburg.de dargestellt. In der Nähe des Opa-D expenses die KloserwIVan beigetst. Wirikieren Wellendianstraße,良화 und hedgehogende Kloserw必 Coolfilm.